Yo, was geht denn, Alter? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Video Ended When. In diesem Video spielt ihr Alter 4. Wir haben ja das Game vor ein paar Monaten gekauft, aber noch nie gespielt. Ich wollte das eigentlich im Stream spielen, aber es kam nicht dazu. Na, kam mir die Idee, wieso spielst du das nicht auf YouTube? Und zwar, wenn ich einmal runterfallen sollte oder sterben sollte, dann endet das Video sofort. Das Spiel soll angeblich schwer sein, aber ihr wisst nicht für mich, ich bin ein Pro-Gamer. Falls du weitere Ideen, als wir das nächste Video enden soll, dann schreibt es mir gerne unter die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, Alter. Let's go. So, ich bin jetzt in-game. Und das sind vier Leute, der hier. So, wir sind jetzt in-game. Keine Ahnung, was ich erwarte. Ich spiel jetzt einfach mal. Aber ich denke, Alter, warte. Glaub mal, locker. Das ist Top-Pit-Champ. Ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott, war das knapp. Okay, aber es ist easy. Es ist easy für mich. Ja, komm, Alter. Smalling. Okay, 3-1, hab ich auch easy. Auch easy. Das ist ja gar kein Problem, das Spiel. Warte mal, ganz kurz. Ich muss ganz kurz gucken, nochmal. Äh... Ich bin ein... 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 Ich bin ein...